Detox kennt inzwischen jeder. Das soll nicht nur gesund sein, sondern kann auch in Kombination mit Bewegung und Fitness zu schönen Beinen verhelfen. Und das dürfte vor allem die Frauen interessieren. Detox your summer legs kann so viele Bedeutungen haben. Es ist nicht nur das, was man für sein Äußeres, sondern auch was man für sein Inneres tut. Also was du zu dir nimmst an Essen und Trinken. Wasser ist gerade in diesem heißen Sommer besonders wichtig. Damit reinigst du deinen Körper. Als Yogalehrerin dehne ich mich gerne. Für die Beine können es auch schwerere Übungen sein, um richtig ins Schwitzen zu kommen. Das Wichtige bei Detox, weil du manche Giftstoffe nicht auf einfachem Weg aus deinem Körper bekommst, sind zusätzliche Übungen, um den Kreislauf in Schwung zu bekommen. Viel Wasser und Säfte. Das alles kann helfen, die Giftstoffe, die schlechte Energie und Luft aus deinem Körper zu bekommen. Vanessa McMahon, Yoga-Instructor und Gründerin von V-Juice, hat sich lange und intensiv mit dem Thema Healthy Lifestyle beschäftigt. Ihre Erfahrung gibt sie nun gerne weiter. Sie erklärt uns, was das Wichtigste bei Detox ist. Wasser ist das Allerwichtigste und der beste Entgifter, den es gibt. Zusätzlich sollte man sich Gedanken darüber machen, was man zu sich nimmt. Wenn man sich nur von Fast Food ernährt, reinigt man nicht seinen Körper. Kauft am besten unbehandeltes Obst und Gemüse. Wenn ihr Fleisch esst, macht euch Gedanken darüber, wo das Fleisch herkommt. Stellt sicher, dass die Tiere nicht misshandelt wurden. Wenn man Fisch isst, ist Wildfisch immer besser. Ich gehe jeden Tag einkaufen, damit ich sicherstelle, immer frische Zutaten zu haben, die ich zu mir nehme. Dann braucht ihr natürlich noch viel Flüssigkeit, wie zum Beispiel kaltgepresste Säfte. Wasser. Ich kann es nicht oft genug sagen und seid aktiv. Das wird immer unterbewertet. Das kann alles helfen, den Körper zu entgiften. Zusammengefasst kann man sagen, dass dies das Rezept für schöne Beine ist. Ich denke, für schöne Beine ist es wichtig, viel Wasser zu trinken und gesund und aktiv zu leben. Wenn ihr euch rasiert, benutzt die richtigen Produkte. Und für sexy Beine helfen viele Kniebeugen.